Was ist dieses visuelle und akustische Erlebnisse, der Konzepte und Filme, die meistens in österreichischen und österreichischen Städten an maßgeblichen Architekturen an die Fassaden projiziert werden? Ein wichtiger Teil dabei ist auch die Akustik, die in vielen Fällen von Komponisten beigestellt oder beauftragt worden ist. Wie in diesem Fall der Hans ist um die Installation ADDITIVE II. Das ist eine Tradition für diesen Raum, das erarbeitet, ein Projekt von 2021, Musik, die Sie hier hören. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020